was geht Leute, Rainbow Six Each Video, Leute, dieses Mal es ist mal was ganz Neues aus dem Stream, Leute ich fühle mich so großartig wie Negald genau also Leute, ihr habt gerade was verpasst, Leute ich habe gerade eine krasse Runde abgeliefert zu krass also Leute, es war gerade 2-0 Standes Clubhouse, Leute Clubhouse, Clubhouse, Clubhouse ja Leute ihr kennt doch ganz oben Schlafzimmer, gell Leute und da ist ja dieser kleine kleinen Duschraum, Leute wo sich die Leute immer verkehren und hinten die Wände also Metall verstärken und da, Leute ist ja noch dahinter noch eine Wand, Leute und durch diese Wand oh, ich habe den Anhänger frei, gut so also, ja und ich war ja Termite ich bin dann durch die beiden Wände gegangen, Leute also hinter der Badezimmerwand ist ja noch eine Wand die kann man verstärken oder nicht ich habe die aufgesprengt und habe die andere aufgemacht keine Wand, nur Raum ich habe gedroht ich gehe rein da kommt Pulse Castle and Bandit raus aus einer Tür also nicht alle hintereinander sondern schon etwas so so zickzack zickzack und dann habe ich mir erstmal Pulse hat ein Handy bekommen direkt danach die anderen zwei habe ich durch dem Bett geholt, Leute also Triple Kill hintereinander Killcam, Leute das habe ich gefeiert, Leute und dann habe ich Leute noch nachgelegt und hatte noch ein Match, Leute wo mein ganzes Team schon tot war und die Gegner rausgepusht haben die Runden haben wir zwar verloren die andere bei Clubhouse haben wir gewonnen und die sind da raus pusht halt alle vier habe ich geholt nur den fünften konnte ich leider nicht bin reingegangen Cam war schon weg von mir halt Web war ich weg, Leute der hat sich auch echt scheiße versteckt echt scheiße ihr seht, Leute ich schläge mit den Operatorn nach, Leute ja, das ist doch gut irgendjemand redet hier GDS Keks, Leute also ihr könnt mich FA schicken wir könnten zocken wenn ihr wollt ja, Leute ein Match eine Aufnahme, Leute zack, ist es oben Santorini ich feiere das Lied gerade von Summer Jam und Razor ah Papa Flow und das Album von wo ist man hin, die schon wieder das Album Berlin Lebt von Kapi war ich auch ich feiere echt alle, fast alle Lieder davon echt geil war das Album echt geiles Album zum Beispiel Kennzeichen BTK, das Lied ist so geil ich feiere dieses Lied ah ja Twitch bin ich na einer langen Zeit kommt mal ein Video und kein Stream denkt ihr euch warum Brudi, warum naja Brudi das ist die Sache, Leute ja Stream habe ich Bilder weniger und wenn ich aufnehme ich sehe, ich habe auch ein paar Bilder weniger aber Leute das ist normal auf dem Play sie weiß ich jetzt nicht ich glaube dafür ist es glaube ich jetzt mal etwas optimiert oder so irgendetwas irgendwas was ist was ist was ist was ist B Bratan, wo ist mein Geld? Warum geht ihr alleine, Digga? War schon irgendwie ein bisschen... Oh komm du Fotzenkind! Waaas? Das will ich jetzt sehen. Okay. Okay. Warum wird der auch unbekannt angezeigt? Achso, das ist neu mit dem Update. Wenn ihr nicht gescannt habt, sieht man es wohl nicht. Aber Leute, dieses Match von vorhin... Das war so geil, Leute. Ich hab einen Ständer nur vom Kill bekommen, Leute. Einfach nur krass. Der Typ ist tot, den will ich nicht sehen. Ich guck mal bei Sledge zu. Hoffentlich ist er nicht so tot wie der andere. Ja, ja, ja. Kommt, Leute. Wow, seit wann platziert Valkyrie hier unten ne Cam? Äh, stimmt. Die sind ja unten. Sorry. Ein Match, Leute. Und dann haben wir wieder ein Video. Ein paar Klicks gerne. Abonnieren, Leute. Liken oder Dislike hinterlassen. Ja, das war das weiterempfehlen Teilen. Eure Mütter zu mir schicken. Ja, weiter geht's, Leute. Und wenn ihr ein paar Väter oder Mütter mitgucken, dann kommt nicht bitte ihr her, sondern schickt eure Tochter hierher. Danke. Ja, ja, ja. Und wenn ihr die Bullen hierher schicken wollt, dann nicht mein Problem. Saat von hinten sag ich. Krass. Oh, mal jetzt ronden Sie sogar. Ich habe auch mal jetzt für Leute, wir könnten, wenn ihr wollt, mal jetzt für jetzt eine Runde spielen. Ich habe den Anhänger jetzt freibekommen, ich guck mal, was das ist. Was für ein Anhänger das ist mal, ich habe auch seit einer Woche, so einer gefühlten Woche nicht gespielt, ich bin auch noch nicht, habe noch keinen Rang, letztes Season war es Silber, Leute, ja, das ist der Anhänger, den man bekommen hat, der sieht mal komisch aus, juckt mich nicht so, aber diesen Anhänger finde ich geil, Leute, in derheit, der wird noch geiler ausgesehen, Leute, das ist zwar Silber, ich war immer kurz vor Gold, Leute, immer kurz vor Gold, 5 Punkte haben mir gefehlt, oder 10, dann, mit meinem ganzen Druck, BAP, nur runtergekommen, und das waren Platin-Spieler und Dia-Spieler, Leute, die haben mich nicht hochgezogen, Leute, vor allem mal sowas in die Comments schreibt, oder schreibt eh keiner was, aber, ich wollte nur Gold werden, deswegen bin ich mitgegangen, weil wenn ich jetzt mit Leuten spiele, die Leute, die auch unranked sind, wie ich, dann kommen so krasse einfachen Gegner, mir fehlen nur noch so 3, 2 Menschen, und dann bin ich mit einem Matches, bis ich Rang irgendetwas bin, ich glaube, ich habe 3 mal verloren, mit Leuten, und 5 mal gewonnen, mit 1 Mann, also, wir waren zu zweit, hat aber auch nicht, hatte auch keinen Rang, wie ich, trotzdem war es viel einfacher mit dem, als wenn ich jetzt mit Leuten wie Platin und so spiele, weil die Gegner, die da kommen, sind viel besser als ich halt, viel besser, gegen sowas will ich jetzt echt nicht spielen oh, das geht nicht kaputt oh, das geht nicht oh, das geht nicht oh, das geht nicht Prozent Prozent Euro Oro so schlauern ich habe noch 250 Kuh und das reicht ich höre noch jemanden obwohl ich mal erst zu können mit straßen holst du schwanz geburt ich habe mich so eine fremdliche operative eine 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Digga, die töten sich selber erstens. Danach holt mich einer fast von hinten und pulzt es unter mir. Digga, was erwarten die von mir? Ich habe drei Leute gerade geholt. Und wie viel haben die anderen geholt? Bitte. Gar keinen gerade. Spostis. Da erwarten die von mir, dass ich fast schon ein Ace mache. Wer bin ich geworden? Ich kann es nicht hören, weil das Aufnahmeprogramm nimmt ja das Sound mit. Und vom, also wo ich es wiedergeben lasse gerade, vom Headset lasse ich es wiedergeben. Deswegen nimmt es den Sound mit, wenn ich da jetzt Musik abspiele, wird es auch mit übernommen ins Video und das Video wird gesperrt. Und die ganze Mühe ist umsonst. Ich habe die Monetarisierung auch nicht frei. Deswegen kann ich sagen, was ich will, ihr kleinen Crackhoofen. Oh, das Wort habe ich auch lange nicht gesagt. Du Notenkopf! Juhu! Hier mal eine Cam mitnehmen. Obwohl... Wie kann der über mir sein? Wie? Tricks mag er, Bastard alle. Erinnert euch da mit meinen ersten Videos, Leute. Wo ich jeden beleidigt habe. Beste Zeiten. Bastard, die sind nicht mal hier. Abstairs. Hast du jetzt gemerkt? Oh, was war das denn? Ich hoffe, die sind jetzt Upstairs. Was für Upstairs? Hä? Upstairs? Downs? Ah, f*** dich. Wow, er ist verreckt. Direkt. Sandra, haben sie die Cam mitgenommen? Ja. Sieht so zumindest für mich aus, ob sie die Cam mitgenommen haben. Deswegen. Warum wurde er nicht angezeigt? Wie lange war er denn draußen, bitte? Da frage ich mich echt gerade. Oh Gott. Nein! Will ich ehrlich gerade wissen? Hi. Wo ist es? Digger, ich feier das Lied gerade. Ganz ehrlich, Leute. Baba Flo, ehrlich. Was? Was ist nichts? Was ist das? B twitter. Ich τα. B twitter. 희 Schl spawnk. Was ist der One guy is down. Halt die Fresse. Ey, was ist das für ein Scheiß? Metall! Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Halt die Fresse, ganz ehrlich. Was erwartet ihr von mir? Wer denkt, die bin ich? Die sterben so oft grad. Halt die Fresse, ganz ehrlich. Was erwartet ihr von mir? Was ist das so schön? scheiß ganz ehrlich was für ein noob team er will ich schon wieder fuck yourself ich habe mehr geht es als das ganze Team zusammen alle wir haben zusammen die selben zusammen die selben geht mal hier unten Digger die haben schon allein mit sieben sorry cakes i2 pro we need to protect the biohazard container secure the room ok course ok 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 wie schon hier ganz ehrlich ist so ein Drecks Team Digga, es ist zwar kein Rang, es ist locker gebe ich zu, ja, es ist wirklich so es ist zwar locker, aber Digga, ich habe immer noch mehr als das ganze Team Fast denkt ihr, das ist so nicht lustig das planet mich hier zu sehr ich habe irgendwo die Bahner gehört ich gehe von außen rum, fertig aus jetzt hat das Team mehr als ich, aber trotzdem vereimt habe ich trotzdem, habe ich ihn die letzte Verteidigung ist Ash Schnellt Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Schnellt er ist er hat auch zu holen das ist auch Zuschauer für mich der Gäckchenke war nicht gemacht fahrt Nein, Schuhe! Was? 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 Ich bekomme jemanden. Ich expect... Krieg ich nen Anruf? Nein! Der Ausgabe ist gerade was! das gibt es zu der vorher null geholfen warum hat er nicht damit am anfang nachgemacht da ich gehe jetzt nicht rein der wörter bei der wörter erweil schippt mir die drohne kurz auf weil ich direkt an die niederlehrer Fenster holen will und jetzt nein der zwei Kitscher machte mich kann keiner vom Platz nehmen außer jemand macht jetzt einen verdammten Ace sein krank ist er ist ohne Spaß das mussten echt krank ist er ist sein und der mich überholt da muss er jedem Handy drücken weil der der BV also BV nennen wir ihn jetzt mal ich will nicht ganze Zeit seinen Namen sagen müssen halt kann echt wenn er will nachlegen wenn er will der versucht hier grad ich hasse das äh nein ab das mag ich lieber er will mal die kill holen also die cam holen will sexy lady die auch es geht Ich liebe diese Cap. Ich bin nicht Ash oder Jäger oder so. Schade. Es war ein Hologram in der Tür, zwischen den zwei objektiven Runden. Geht fit. Fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, okay, ging das. Ich hasse dieses Fenster langsam. bv aber er ist schon tot trotzdem er nachgelegt das gebe ich ihm zu das hoffen gelb wenn er will er ist das Problem kann doch safe rein Gero und nicht nein oder kommt schon der eine hat nur ein kill wir haben vier Runden gespielt fünf Runden 4 4 das sind die zwei besten 3 3 ich habe ja fast schon zwei mädchen zwei Runden alleine gemacht glättemann hat fahren hoffentlich hat euch das Video gefallen Leute mein Ausdruck ist legendär ich weiß danke danke also das war's Leute viel Spaß wünsche ich euch damit es geht jetzt so hoch was wir haben 27 Minuten gespielt was 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 Vielen Dank.